Hallöchen, ich zeige dir heute ein tolles Rezept für einen leckeren Nusszopf. Das Rezept ist vegan und jetzt zeige ich dir, wie er zubereitet wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und schon ist der Nusszopf fertig. Falls du das Rezept ausprobierst, dann lass mich das gerne in den Kommentaren wissen, wie es dir geschmeckt hat. Oder mach davon ein Foto und markiere mich auf Instagram. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal bei meiner Rezepte-Welt. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.